heute für euch im test die multi salut auch vom vollkopf wie die letzten die ich getestet habe und mal sehen ob das das gleiche ist der neem beträgt auch 9,5 gramm pro ding und insgesamt 38 gramm die schachtel müssten also auch 19 schüsse sein und da sind wir gespannt bis gleich die sind brutal die teile das gibt es kaum noch ein machen schon laune und da hoffe ich das video hat euch gefallen bis zum nächsten mal